Musik Es ist ein sensationeller Moment für Schaffhausen, für ganz Schaffhausen, für auch den ganz sportlichen Schaffhausen. Nach einer langen Zeit der Ungewissenheit ist es uns gelungen. Ein modernes Superligator, ein multifunktionales Fossball und Eventstadium für die FC Schaffhausen, um die ganze Bevölkerung zu behoben. Es ist für uns als Bauunternehmung auch eine spezielle Herausforderung, dass bei der Bauübergabe über 7'500 Leute dabei sind, 50 Medienvertreter, x Leute aus der Politik. Das wird ein spannender Anlass für uns. Musik 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 Ich finde es super hier in Schaffhausen, es ist fast volles Stadion und es ist grausam cool zum zuschauen. Schönes Spiel, eine gute Stimmung, viele Leute, neues Stadion, es ist halt ein bisschen kalt, aber dafür haben wir ja den Jagertee. Ich bin ein bisschen zu dem Ball. 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 Ich bin ein bisschen zu dem Ball.